rfh präsentiert kabarett genial im mai am wochenende lädt sie herr lehmann ein als auserwähltes individuum unserer spezies teil einer archänoa zu werden in der ihnen typen begegnen die das nahe ende zu dem machen was es ist längst überfällig liebe ostdeutschen und ostdeutschen ich meine sie rufe immer noch blühende landschaften blühen ja bloß weil es ihnen der dicke mann versprochen hat aber schau sie leben doch hier in ostdeutschland in viel mehr als in nur einer blühenden landschaft sie leben in einer wunderbar verwilderten geld in einer wildnis in der sich mittlerweile schon wieder wölfe ansiedeln wir haben in bayern noch nicht mal braun werden dieser satirische informations abend wird sie auf das vorbereiten was danach kommt wer diesen abend überlebt ist für alles gerüstet selbst für den letzten schritt ich bin froh dass der dass der ministerpräsident heute abend hier sitzt reiner als der herr haselöff wunderbar dass du da komm gib die flosse her mein guter ich habe mich ehrlich gefreut als der herr um carlo abo aus somalia bei uns im nachbergarten seine gazelle angesprochen seine partelle eingenommen habe ich mich gefreut natürlich ich war ich war kooperationsbereit ich war offen ich bin auf den zugegangen ja mit einem lächeln dürfen lippen und mit viel sonne im herzen rheinert gewesen bin ich zudem hin und habe gesagt herr carlo aber was machen denn ihres gleichen im büsch wenn sie mal kein regen gibt regentanz verstehst du lustig sein ich wollte witz machen und was war der fängt an zu tanzen und es tröppelt weitere informationen zu den terminen und zur kartenvorbestellung erhalten sie auch auf www.kabarett-genial.de